Die nächsten Videos beschäftigen sich jetzt mit einem relativ unangenehmen Thema. Unangenehm deshalb, weil das Ganze, glaube ich, ein bisschen schwierig zu verstehen und schwierig nachzuvollziehen ist. Insbesondere deshalb, weil man hier gleich ein bisschen rechnen muss und relativ aufwendige Formeln zustande kommen. Ferner ist unser Exkurs beendet, den Transistor hier als Schalter zu verwenden. Das heißt, wir treiben den Transistor jetzt nicht mehr in Sättigung. Das heißt, wir sorgen nicht mehr dafür, dass diese UCE-Spannung möglichst klein wird, sondern wir gehen jetzt wieder im Folgenden davon aus, dass wir den Transistor als Stromverstärker verwenden wollen. Das heißt, über einen eingestellten Basisstrom die LEDs hier mit einem gewissen Strom versorgen wollen. Ausgangspunkt der ganzen Betrachtung ist jetzt das Problem einer stark schwankenden Stromverstärkung. Stark schwankend heißt an dieser Stelle nicht das, was wir bisher gesagt haben. Und zwar, nochmal zur Erinnerung, hatten wir ja festgestellt, dass wenn ich die Collector-Emitter-Spannung größer mache, dann die Stromverstärkung ein bisschen ansteigt, beziehungsweise auch der Collector-Strom. Und dass wir bei zunehmendem Kollector-Strom etwas weniger Stromverstärkung rauskriegen. Diese beiden Effekte, die da durchaus zwar vorhanden, aber nicht übermäßig krass waren, die meine ich hier nicht, sondern ich meine was ganz anderes. Und zwar besteht das Problem, dass wenn man Transistoren bestellt, von der Stange oder kauft oder einsetzt, dass die schon herstellerseitig extreme Serienschwankungen hinsichtlich der Stromverstärkung haben. Ich habe dazu mal ein Beispiel aufgemacht, und zwar das Datenblatt nochmal dieses BC546. Und hier sieht man zum Beispiel, dass die DC-Stromverstärkung dieses Transistors, die heißt hier HFE und das tut sie in englischsprachigen Datenblättern häufig, warum auch immer diese Bezeichnung hat. Das HFE hier ist quasi unser B. Für die Schaltungsbedingungen VCE 5 Volt und IC 2 Milliampere schwankt zwischen 110 und 800. Das ist jetzt fairerweise nicht ganz die Serienstreuung. Und zwar ist dieser BC546 nochmal unterteilt. Und zwar gibt es den 546A, den 546B und den 546C. Und wenn wir hier unten nochmal in das Datenblatt gucken, stellen wir fest, dass diese A-Klasse eine Verstärkung von 110 bis 220, die B 200 bis 450 und C 420 bis 800 hat. Was wir hier aber auch sehen können, die Stromverstärkung in allen drei Fällen schwankt grob um den Faktor 2. Also ob ich jetzt 200 oder 450 habe, macht ja schon einen dramatischen Unterschied eigentlich. Und tatsächlich haben wir dieses Problem bei sehr vielen Transistoren. Also wenn wir jetzt nicht ganz, 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 ganz hochpräzise und damit teure Transistoren verwenden, haben die immer eine immense Schwankung in der Stromverstärkung. Und zwar kommt das einfach durch die Fertigungstechnik, die halt an der Stelle nicht so präzise sein kann. Das ist quasi von Hause ausgegeben und wir müssen damit umgehen lernen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar habe ich das hier mal aufgebaut in Multisim. Wir möchten jetzt beispielsweise drei LEDs betreiben, beziehungsweise eine LED betreiben und ich habe jetzt drei Schaltungen aufgebaut. Die in der Mitte ist die originale Schaltung. Diese LED braucht einen Strom von 20 mA und ich habe die Schaltung in der Mitte jetzt mal so designt, dass hier 20 mA ungefähr Kollektorstrom fließen. Dafür brauche ich einen Vorwiderstand an der Basis von 125 kOhm bei 9 Volt. Ja, und man sieht, das funktioniert. Also ich habe 66 mA Basisstrom und ich habe 20 mA Kollektorstrom. Und jetzt kann man hierfür mal die Stromverstärkung ausrechnen. Und zwar wären das eben 20 mA Kollektorstrom geteilt durch 0,066 mA Basisstrom. Was da rauskommt sind ungefähr 300. Wenn man noch mal ins Datenblatt guckt, ist das auch tatsächlich der Mittelwert dieser B-Klasse. Also dieser 546B, der liefert zwischen 200 und 450. Und jetzt sind wir so ungefähr bei 300, also ziemlich in der Mitte. Wir sehen, das ist der 546B. Das P steht wie gesagt wahrscheinlich für das Package, also für die Bauform. Hat jetzt keine Auswirkung auf die Schaltungseigenschaften. So weit, so gut. Das Ganze funktioniert. Was passiert denn jetzt, wenn die Stromverstärkung eine deutlich andere ist? Also ich habe jetzt diese Schaltung designt in der Simulation oder vielleicht auch mit einem Beispieltransistor und sie funktioniert. Und ich baue sie jetzt noch zweimal auf mit dem gleichen Transistor. Nicht demselben wohlgemerkt, aber einem Transistor gleichen Typs aus einer anderen Charge. Und ja, dann baue ich das auf und dann passiert jetzt folgendes. Ich habe jetzt bei dem linken Transistor die Stromverstärkung mal runtergezogen. Also ich habe das B kleiner gemacht und zwar im Sinne des Datenblattes, quasi auf dieser Art Minimalwert hier. Und auf der rechten Seite habe ich das B mal größer gemacht im Sinne dieses Maximalwertes hier. Und was wir hier relativ schnell sehen können, ist, dass hier 20 mA Kollektorstrom fließen und hier schon nur noch 13 mA. Das heißt, dadurch, dass ich die Stromverstärkung runtergefahren habe, die ja durchaus laut Datenblatt möglich sein könnte, habe ich hier plötzlich nur noch gut die Hälfte des Kollektorstroms. Auf der anderen Seite ist es fast noch dramatischer, weil da habe ich die Stromverstärkung entsprechend hochgefahren. Und hier habe ich plötzlich 33 mA Strom, wobei die LED nur 20 mA verträgt. Also kurzum hiermit würde ich höchstwahrscheinlich die LED direkt zerstören. Im linken Falle würde die LED nicht leuchten. Das sieht man hier auch. Wenn diese Pfeilchen an dem Symbol leuchten, dann möchte Multi Simons sagen, die LED leuchtet. Hier leuchten die Pfeilchen allerdings nicht oder sind nicht blau ausgefüllt. Das heißt, die hier würde höchstwahrscheinlich gar nicht angehen. Zumindest würde man es nicht sehen. Das heißt, auf diese Art und Weise können wir keine Schaltungsentwicklung betreiben, dahingehend, dass das auch reproduzierbar ist. Das heißt, wir würden wahrscheinlich jetzt so eine Schaltung einmal simulieren. Dann würden wir sie aufbauen. Mit ein bisschen Glück funktioniert die vielleicht. Wenn wir sie aber nochmal aufbauen, funktioniert sie plötzlich nicht. Einfach deshalb, weil die Parameter dieses Transistors so krass schwanken. Das heißt, wir müssen jetzt eine Möglichkeit finden, eine sogenannte Arbeitspunktstabilisierung einzufügen. Arbeitspunkt wird immer bei Transistoren der Kollektorstrom genannt. Also genau genommen die Kombination aus Kollektoremeterspannung und Kollektorstrom. Also diese beiden Werte hier bilden den sogenannten Arbeitspunkt des Transistors. Sagt man aber auch einfach nur, der Kollektorstrom sind 20 mA und bezeichnet das als Arbeitspunkt nach dem Motto, ja die Kollektoremeterspannung hat ja eh keinen großen Einfluss darauf. Dennoch müssen wir uns jetzt überlegen, wie stabilisieren wir das? Wie kriegen wir es hin, dass trotz dieser großen Stromverstärkung diese Kollektorströme nicht so krass schwanken? Denn wie gesagt, so können wir es nicht aufbauen. Da würden wir jetzt einmal einen Transistor einsetzen. Jo, funktioniert. Beim nächsten Mal funktioniert nicht. Beim nächsten Mal ist die ganze Schaltung kaputt, weil irgendwie hier viel zu viel Strom fließt. Also wir müssen uns da irgendwas überlegen. Und die Überlegungen dazu, die sind wie gesagt jetzt leider etwas komplizierter und tatsächlich auch rechnerisch etwas schwierig in den Griff zu bekommen. Und das versuche ich trotzdem mal euch näher zu bringen. Was wir gleich tun werden, ist, wir werden einen sogenannten Emitter-Widerstand einfügen. Das wird ein Widerstand sein, den wir unten hier an diese Stelle an den Emitter anschließen. Und was wir damit erzeugen, ist eine sogenannte Stromgegenkopplung. Wer das also mal hinterher googeln möchte, unter dem Begriff Stromgegenkopplung, werdet ihr das Ganze nochmal finden können. Aber zunächst mal zur ursprünglichen Schaltung. Noch mal ein kleines Beispiel. Also ich habe einen Transistor mit einer Stromverstärkung von 200 und wir gehen jetzt mal davon aus, die ist fix. Und ich möchte einen Kollektorstrom von 20 mA haben. Und wenn ich in Zukunft, oder ich habe das auch schon in bisherigen Videos gemacht, wenn ich sowas sagen möchte, wie IC soll 20 mA sein und nicht IC ist 20 mA, dann mache ich hier ganz gerne mal so ein Ausrufezeichen über das Gleichheitszeichen. Das ist eine inoffizielle Notation, die relativ viele Leute benutzen. Die ist aber nirgendwo genormt. Also das findet ihr auch in keinem Buch oder so. Also für mich soll das an dieser Stelle heißen, IC soll 20 mA betragen. Was wir dann ja machen müssten, ist den IB uns ausrechnen. Und zwar würden wir dann hingehen und sagen, gut, dann soll IB gleich IC durch B sein. IC haben wir mit 20 mA. Und B haben wir auch mit 200 und dann kämen wir hier raus, ja eben 20 mA durch 200 und das sind 100 µA oder 0,1 mA. So weit, so gut. Und damit können wir jetzt nochmal unseren Vorwiderstand ausrechnen. Da mache ich wieder von der Näherung gebraucht, dass sich UBE oder beziehungsweise die Basis-Emmeter-Strecke ungefähr verhält wie eine Diode und damit ungefähr 0,7 Volt abfallen. Details dazu gibt es in dem vorigen Video. Wir können dann RV ausrechnen, indem wir hingehen und sagen, RV ist gleich die Spannung an RV und die Spannung an RV setzt sich zusammen aus der Betriebsspannung UB minus die Spannung an der Basis-Emmeter-Strecke. Geteilt, das ist die Spannung am RV, geteilt durch den Basis-Strom oder den Strom durch den Vorwiderstand, der ja gleich der Basis-Strom ist. Und dann kriegen wir daraus 8,3 Volt, das sind 9 minus 0,7, geteilt durch 100 µA. Und das sind 83 Kiloohm. So weit, so gut. Bei 83 Kiloohm fließen jetzt folglich unsere 100 µA Basis-Strom und das funktioniert auch alles. Und jetzt passiert eben das Böse. Wir nehmen jetzt mal an, dass das B jetzt schwankt. Böseannahme ist also jetzt gleiche Schaltung, gleiche Schaltungsbedingungen, aber B gleich 300. Wenn wir jetzt mit dieser Dimensionierung, die wir hier unten ausgerechnet haben, und einer Stromverstärkung von 300 rechnen, dann ändert diese höhere Stromverstärkung, wenn wir nicht neu rechnen, sondern die Dimensionierung so stehen lassen, wie wir sie jetzt gefunden haben, nichts an dem Basis-Strom. Das heißt, auch bei einer Stromverstärkung von 300 und einem RV von 83 Kiloohm fließen auf jeden Fall der gleiche Basis-Strom und das sind 100 µA. Soweit, so gut, daran ändert sich nichts. Das hatte man auch eben gesehen in der Multisimulation, kann man nochmal zurückskippen. Da sieht man auch, dass sich die Basis-Strom de facto nicht verändern durch die Stromverstärkung. Das führt jetzt aber dazu, wenn der Basis-Strom gleich ist, aber die Stromverstärkung plötzlich 300, dass wir plötzlich ein IC haben von IB mal B und in diesem Fall eben IB mal 300 und das sind dann plötzlich 30 mA. Und wenn wir jetzt eine Diode haben, die eben nur dummerweise 20 mA verträgt, dann ist die jetzt gegebenenfalls kaputt. Das liegt jetzt genau hier ran. Und zwar daran, dass das B hier quasi als Vorfaktor auftaucht. Man könnte auch sagen, der Kollektor-Strom ist proportional zum Basis-Strom und proportional zur Stromverstärkung. Wenn er jetzt aber proportional zur Stromverstärkung ist und ich verdoppel sie, sage ich mal, dann fließt auch doppelt so viel Kollektor-Strom. Unser Job ist es jetzt also, die Schaltung so zu erweitern, dass die Stromverstärkung B nicht mehr so einen starken Einfluss auf den Kollektor-Strom nimmt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, weil dieses IB mal B natürlich immer erhalten bleibt. Das ist ja die Transistoreigenschaft. Aber wir werden gleich sehen, dass der Emitter-Widerstand, also einen Widerstand, den wir hier unten am Emitter einbauen, da, durchaus diesen Zweck erfüllen kann. Und die Berechnungen dazu und die Überlegungen kommen dann im nächsten Video, weil das dauert etwas länger. Und das ist ja die Ausgleichung.